Die United Church of Christ ist eine Kirche in den USA, die 1957 durch die Verschmelzung der Evangelical and Reformed Church und der Kongregational Christian Churches entstand. Sie wird in den USA zu den Mainline Churches gezählt. Nach dem Jahrbuch der UCC von 2006 hat die Kirche rund 1,08 Millionen Kirchenmitglieder und rund 5287 Ortsgemeinden. Geschichte Die Ursprünge der Kongregational Christian Churches reichen bis zu den Pilgervätern, die im Jahr 1620 Plymouth Colony gründeten, und den Puritanern der Massachusetts Bay Colony zurück, die 1629 und 1630 nach Amerika kamen und die Stadt Boston gründeten. Das Organisationsprinzip beider Gruppierungen war der Kongregationalismus. Der andere Zweig der UCC speiste sich aus zwei Auswandererwellen deutscher Protestanten und ihren Kirchengründungen. Der Reformed Church in the United States und der Evangelical Synod of North America, die die amerikanische Spielart der Evangelischen Landeskirche in Preußen darstellte. Damit sind in der UCC einige der ältesten protestantischen Kirchen in den Vereinigten Staaten zusammengeschlossen mit solchen, deren Traditionen aus anderen Ländern entstanden und erst durch die Zuwanderung im 18. und 19. Jahrhundert nach Amerika gekommen sind. Selbstverständnis Die UCC beschreibt sich selbst mit vier Schlagworten. Christlich, reformiert, kongregationalistisch und evangelisch. Unter diesen Überschriften genießen die örtlichen Gemeinden große Freiheit in der Gestaltung von Gottesdiensten, Gemeindeleben und Glaubensregeln. Das Motto der UCC findet sich in Johannes 17, 21, dass sie alle eins sein. Die Grundsätze der UCC sind weit gefasst und betonen die Gewissensfreiheit und die Autonomie der örtlichen Gemeinden. In ihrer Gesamtheit wird die UCC in den USA als gemäßigte oder liberale christliche Kirche betrachtet. Da mit Antoinette Braun 1853 in einer Kongregationalchurch die erste Frau in der Neuzeit zum Pfarramt ordiniert wurde, kann die UCC auf inzwischen mehr als 160 Jahre Ordination von Frauen zurückblicken. Die 25. Generalsynode der UCC sprach sich am 4. Juli 2005 in Atlanta mit großer Mehrheit als erste größere Kirche in den USA dafür aus, dass die gleichgeschlechtliche Ehe erlaubt werden soll. Daraufhin beschloss die Iglesia Evangelica Unida de Puerto Rico, Die seit 1931 eine Konferenz der Kongregational Christian Churches und dann der UCC war, mit einer Dreiviertelmehrheit den Austritt aus der UCC. Im April 2014 klagte die United Church of Christ gegen das Verbot der gleichgeschlechtlichen Ehe in den Vereinigten Staaten. Seit Mitte der 1990er Jahre befindet sich die Kirchenverwaltung in Cleveland, Ohio. Die Theologie der UCC wurde von Reinhold Niebuhr und Paul Tillich beeinflusst. Die Kirchenmitglieder der Vorgängerkirchen der UCC und seit 1957 in der UCC waren ökumenische Beziehungen. Die UCC ist Mitglied des Weltkirchenrats, der Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen und des Nationalen Kirchenrats der USA. Sie ist Gründungsmitglied der Churches Uniting in Christ. Volle Abendmahlsgemeinschaft wurde mit der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Amerika, der Reform Church in Amerika und der Presbyterian Church in der Formule of Agreement vereinbart. Entsprechende Vereinbarungen wurden außerdem mit der Union Evangelischer Kirchen in Deutschland und der Christian Church im Rahmen der ökumenischen Partnerschaft getroffen. 2009 strebt die UCC eine Kirchengemeinschaft mit der Deutschen EKD an. Mit der Alliance of Baptists wird ein dauerhafter Dialog geführt. Bekannte Mitglieder der United Church of Christ Theologen und Aktivisten Walter Brüggemann, Theologie-Professor für Altes Testament und Schriftsteller Williams Lohn-Koffin, Pfarrer und Friedensaktivist Graylin Hagler, Pfarrer, Friedens- und Bürgerrechtsaktivist Bill Mouya, Bürgerrechtsaktivist und Schriftsteller Reinhold Niebuch, Theologe, Philosoph und Politikwissenschaftler Richard Niebuch, Theologe Paul Tillich, Theologe und Religionsphilosoph Andrew Young, Theologe, Bürgerrechtsaktivist, Politiker und Bürgermeister von Atlanta Politiker John Corzine, Gouverneur von New Jersey Howard Dean, Parteivorsitzender der US-Demokraten und ehemaliger Gouverneur von Vermont Barack Obama, 44. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika Michelle Obama, sonstige Bill Gates-Unternehmer Obra Winfrey, TV-Moderatorin Council for Higher Education Die UCC unterhält ein Council for Higher Education, das eine Scharnier-Funktion zwischen 46 Hochschulen und der UCC erfüllt. Die Mitgliedschaft im Council nimmt eine von zwei Formen an. Volle Mitglieder sind bekenntnisgebundene Hochschulen, die sich zur Förderung der Ziele der UCC und des christlichen Glaubens verpflichtet haben. Historische Mitglieder erkennen durch ihre Mitgliedschaft ihre historische Verbindung zur UCC oder einer ihrer Vorgängerkirchen an, sind aber meist bekenntnisungebunden. Zu den historischen Mitgliedern gehören auch prominente Liberal Arts Colleges wie Belloy College, Carlton College, Franklin & Marseille College und Grinnell College, aber auch Universitäten mit einer Tradition, die Afroamerikanern gegenüber besonders verpflichtet ist, wie Fisk University, siehe auch unierte Kirchen.